Chiara? Chiara! Chiara! Oh! Da ist sie ja. Sie gehört also zu euch? Sie wurde von einem Insekt vergiftet, nicht wahr? Ja, wir haben ihr bereits ein Gegengift zu trinken gegeben. Entschuldigt die Mühe. Vielen Dank für alles. Aber nicht doch. Nichts zu danken. Ich möchte euch auch meinen Dank aussprechen. Außerdem, nebenbei gesagt, dürfte ich Ihnen beiden eine Frage stellen? Würdet ihr meine Kinder zur Welt bringen? Entschuldigt bitte, aber wenn ich eine wunderschöne Frau sehe, dann entleiten mir diese Worte. Zu viel der Worte.